Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Goodiebox, Welcomebox. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine Box aus Dänemark. Die kann man monatlich abonnieren, zahlt dafür 19,95, erhält dann 5 Produkte, wo ein Warenwert von mindestens 70 Euro drin enthalten ist quasi. Und ja, hat dann eigentlich auch immer eine ziemlich coole Auswahl an Produkten. Die letzten Boxen waren leider nicht ganz so geil. Also irgendwie müssen wir mal schauen, vielleicht fängt sich die ganze Geschichte nochmal. Wenn man die Box neu abonniert, was ihr zum Beispiel über den Link in meiner Videobeschreibung unter diesem Video machen könnt, bekommt man nicht die reguläre Monatsbox, die es so gibt, sondern die Welcomebox. Und die bekommt ihr für 9,98 Euro, also ich meine, das müsste dann die Hälfte des Preises sein. Und hat dann diese Produkte hier drin enthalten, wenn man sie jetzt im Mai, müsste das dann sein, oder Juni, also jetzt aktuell auf jeden Fall abonniert. Es ist, glaube ich, aber auch auf der Homepage aufgeführt. Also wenn ihr über den Link geht, dann seht ihr auch, welche Produkte dann in der Box drin enthalten sein werden. Und ja, sie ist in einem schönen, knalligen Orange. Ich habe die jetzt zugeschickt bekommen, um sie euch vorstellen zu können. Und habe dann hier einmal die Schublade entfernt. Ich verwende gerne diese Boxen, um sie dann auch weiterzuverwenden, zum Beispiel hier als Regalsystem. Oder ich gebe sie an meine Freundin, die dort mit den Kindergartenkindern zusammen aus diesen Boxen etwas Wundervolles bastelt. Also sie freut sich da auch immer sehr drüber. Und hier haben wir dann auch ein Big Welcome to Happy Selfcare. Schade Schokolade, das ist dann leider auf Englisch. Aber da geht es halt wirklich darum so, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast dich dafür entschieden, dass du dir jetzt wirklich jeden Monat ein bisschen Selfcare, ein bisschen Me-Time gönnen willst. Und wir haben hier auch hauptsächlich Pflegeprodukte drin enthalten. Es gibt nochmal die Variante der Goodie Box Crush. Die habe ich auch selber im Abo. Ich stelle euch die auch immer wieder vor. Die erscheint vierteljährlich, kostet 14,95 Euro, wenn man ein Abo hat. 19,95 Euro, wenn man kein Abo hat. Und wir schauen jetzt aber in die reguläre Welcome Box rein. Wir haben hier so ein Seidenpapier, das ich einmal öffne. Und da sind tatsächlich diese Welcome Box Produkte drin, die wir auch schon mal als Abonnent in der Box drin hatten. Das sind jetzt keine für mich neuen Produkte. Deswegen ich jetzt auch mich entschieden habe, dass ich genau diese Box, wie ich sie hier habe, tatsächlich auch mit der Box, sorry Ines, aber ich habe dann andere Boxen für dich, in diesem Video verlose. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Der Wahnwert der Produkte ist halt auch einfach immens. Wir starten auch mit einem Produkt, das, glaube ich, gar nicht mal so günstig ist. Das habe ich auch schon mal verwendet. Mochte ich gerne leiden von Skin & Co. Roma Truffel Therapy. Das ist ein Trüffeltoner. 200ml sind hier drin. Ein Gesichtstoner ist super wichtig, weil du den ja immer aufträgst, nachdem du dein Gesicht gereinigt hast und bevor du deine reguläre Hautpflege aufträgst. Ich habe das letztens auch meiner Mom erklärt und meinen Freundinnen auch immer wieder, weil das so wichtig ist. Es hat meine Hautpflegeroutine generell verändert, indem ich halt einfach der Haut, kurz nachdem ich sie ja von allen Make-up-Rückständen und Fetten und abgesteuerten Hautschüppchen und so befreit habe, die Möglichkeit gebe, sich kurz nochmal darauf vorzubereiten, dass ich jetzt bald, sehr bald, also jetzt gleich quasi, mit Pflege um die Ecke komme, die bei meiner Hautpflege tatsächlich sehr große, viele, tolle Wirkstoffe enthält und sie sich nicht erschrecken soll. Denn ich habe eine sehr sensible Haut und wenn ich das nicht mache, ist meine Haut schnell rot, gereizt, mag das nicht so gerne. Gerade wenn ich mit sowas wie Retinol oder Vitamin C oder so drangehe, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass meine Haut da wirklich sehr sensibel drauf reagiert hat. Seitdem ich Gesichtstoner immer verwende, also zweimal täglich morgens und abends, nach der Gesichtsreinigung und vor der Hautpflege, meine Haut liebt es wirklich. Also das gleicht dem pH-Wert der Haut oft aus, es bereitet, wie gesagt, auf die Pflege, die danach kommt, ein bisschen vor und ich kann es wirklich empfehlen und meistens haben halt Toner auch eine entsprechende, ja, Formulierung, dass da auch in milder Art und Weise Wirkstoffe auch auf die Haut schon mal kommen, ne? Sehr, sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier etwas drin enthalten, das habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht in der Goodiebox gesehen. Von Comdeux ist das eine Face Cream, die Feuchtigkeit spenden soll, also Hydrating and Moisturizing, ja. Feuchtigkeit spendende Gesichtscreme, sehr schön. Ich weiß gar nicht, hier sind drin 50ml, das ist alles voll, das heißt hier drin offensichtlich, das ist cool und ist in so einer Tube, das sieht gar nicht mal so sexy aus, aber gut, ne, wenn es eine feuchtigkeit spendende Gesichtscreme ist, dann ist es halt einfach sehr basic, dass du da der Haut die Pflege schon mal gibst. Für mich persönlich wäre das zu wenig, ich brauche definitiv dann noch ein Serum, vielleicht ein High Concentrate oder ein Booster mit dabei, um die Wirkstoffe nochmal so richtig reinzubringen und natürlich eine Augencreme, wobei da muss man sagen, nicht jeder mag Augencreme, ich weiß bei mir, meine Augen lieben Augencreme, deswegen verwende ich die einfach auch sehr gerne. Dann habe ich hier als nächstes von Dr. Botanicals Apothecary Limited Edition Sun Protection Body Cream, Lichtschutzfaktor 30, 50ml sind hier drin, das ist extrem toll, Leute, können wir alle sehr gut gebrauchen, ist noch komplett zu, lasse ich dann auch zu, weil ich die Box sehr verlose. Das ist wirklich schön, weil wir haben einfach, ja, jetzt so die Zeit, wo wir langsam auch anfangen mit T-Shirt und so weiter und ich kann es einfach nicht anders sagen, ich hatte jetzt letztens sogar hier auf meiner Hand Sonnenbrand, weil ich habe mich komplett eingecremt, aber ich habe meine Kopfhaut nicht eingecremt und ich habe vergessen, auf meinen Händen und Füßen einzucremen. Ganz tolle Idee, denn da hatte ich dann Sonnenbrand und da muss man dann wirklich mit dicken Cremes gegenarbeiten, also ich auf jeden Fall und deswegen ist es unangenehm. Lichtschutzfaktor 30 ist solide, aber bei manchen ist es so, dass sie sagen, Mensch, ne, wenn man halt wirklich vielleicht noch ein bisschen rötlichere Haare hat, also ich habe eher so blond mit ein Strich Brünett bei mir, ist es tatsächlich sinnvoller, dann den 50er für den Körper zu nehmen, aber das ist besser haben als brauchen und das ist halt eine schöne kleine Größe, die hast du dann in deiner Handtasche und wenn du mit einer Freundin Eis essen bist oder sonst irgendwas zufällig aus Versehen, keine Ahnung, nach dem Shoppen, dann doch irgendwie in der prallen Sonne sitzt, dann hast du da irgendwie was mit dabei und kannst sagen, ah, ich kann mich eben schnell noch eincremen, ne. Super wichtig, Leute. Dann haben wir hier noch drei weitere Produkte drin. Zum einen ist das hier von Antonio AXU ein Seasol Spray, was jetzt auch super in den Sommer passt, wenn man so ein bisschen mehr Textur in die Haare bringen möchte. 150ml sind hier drin. Für mich persönlich ist es nichts, weil ich habe sowieso schon sehr trockene Haare, da brauche ich jetzt nicht auch noch ein Seasol Spray reinmachen, also ich mache mir die über den Tag in Bommel, und mache die dann irgendwann auf und habe dann schon so ein bisschen, ne, ein bisschen Wellen, ein bisschen Leben in den Haaren drin. Das ist manchmal schöner, manchmal nicht so schön, aber ich verwende sowas halt nicht so gerne, weil ich auch das Gefühl nicht so gerne mag. Also ich bin aber auch kein Trockenshampoo-Fan, das ist einfach eine persönliche Präferenz. Aber ja, wir haben es hier mit drin, ist das vierte Produkt und zwei weitere haben wir hier noch mit drin enthalten. Zum einen dieses Produkt, was ich auch schon zweimal in einer Goodiebox, glaube ich, drin hatte. Ich glaube schon, ne? Oder war das einmal in einer Goodiebox und einmal Adventskalender? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das einmal für mich und einmal für meinen Hund. Und zwar von Gold Professional Hair Care, Hairscape Massager. Und ich verwende das halt wirklich gerne, um so Comfort-Peelings zu machen, ohne ein zusätzliches Produkt zu nehmen. Oder wenn ich zum Beispiel von Christophe Robon das nehme, als ich zum Beispiel hier den Sonnenbrand hatte und der sich dann halt gepellt hat, aber ist so, habe ich da das Kopfhaut-Peeling drauf gemacht und bin dann halt einfach mit diesem Massage-Feeder nochmal so dran, weil ich mag nicht so gerne diese Peeling-Partikel dann an meinen Fingern zu haben. Das ist halt auch so ein Tiffi-Thema, ne? Auf jeden Fall hat das sehr gut funktioniert und ich mag das auch, weil die Bömpel, die hier dran sind, sind halt flexibel und die sind sehr, sehr angenehm. Und deswegen habe ich mir damals auch überlegt, also das ist halt spitz, aber nicht so, dass es wehtut. Und deswegen habe ich mir damals, als ich das noch ein zweites Mal dran hatte, überlegt, dass es doch eine voll gute Idee wäre, dass wir mein Hund zuverwenden für Sammy. Und der findet das auch gar nicht so verkehrt. Der findet Duschen furchtbar, weil Wasser generell ist furchtbar, außer man trinkt es. Aber, also falls ihr wissen wollt, warum ich das vielleicht vermute, weswegen ihr das furchtbar finden könnt, ich habe ein Buch über meinen wundervollen Hund geschrieben, Sammy endlich ankommen. Das ist quasi das Buch, von den zwei Jahren, die er gegebenenfalls so erleben könnte, hätte können, weil er ja aus Bosnien kommt. Das ist ein ehemaliger Straßenhund und ist mit ungefähr zwei Jahren zu uns gekommen. Auf jeden Fall mag er nicht so gerne Wasser, aber wenn ich das so verwende und dann so durch sein Fell damit gehe und dann auch so das Shampoo, was dann so drin ist, auch ein bisschen aufschäumen lasse und so, ich glaube, ein ganz kleines bisschen genießt er das schon. Nun, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier das letzte Produkt drin enthalten, und zwar von Gosch. Ist das ein Soft & Tinted Lip Balm, den hatten wir jetzt auch gerade erst in der Goodiebox selber drin, mit 8ml in der Farbe 004, Vintage Rose. Eine wirklich schöne Farbe, die ich richtig gerne leiden mag. Das Einzige, was ich hier ein bisschen anmeckern möchte, ist der Applikator. Das ist nicht jedermanns Sache, dass man hier so ein Ding hat, was halt so offen ist. Es sei denn, du verwendest es halt wirklich täglich und immer, dann hast du halt irgendwie auch, das ist okay, aber wenn ich den jetzt irgendwie, wie meine Lippenprodukte generell, halt nicht ganz so regelmäßig verwende, habe ich ein nicht ganz so gutes Gefühl mit dabei. Aber das ist sowieso jetzt aktuell auch ein Thema, auch bei diesen ganzen Blush-Fechern und Blush-Bronzer-Highlighter und so weiter, die du ja in diesen Tuben mit dem Puffel-Ding hast und so, ist eine Geschmackssache. So, jetzt haben wir hier einmal den kompletten Inhalt von der Box und so hat sich eigentlich die Goodiebox auch ganz gut präsentiert, muss ich sagen. Wir haben hier Pflege drin enthalten, wir haben ein Tool drin enthalten und wir haben auch ein dekoratives Kosmetikprodukt hier mit drin. Und das ist auch so ungefähr die, ja, das Verhältnis, das Mischverhältnis, wie wir das normalerweise als Abonnenten und Abonnentinnen auch kennen von der Box, dass man da auch vor allem Pflege drin hat. Ein bisschen was an Tools auch mal mit dabei, ein bisschen auch mal was an dekorativer Kosmetik, aber hauptsächlich ist der Fokus auf Pflege. Und wenn du Bock hast, die Box zu abonnieren, ist das Ganze in der Infobox verlinkt, da kannst du gerne vorbeischauen und das wäre es hier von mir gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!